Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht in ausgezeichnete und sehr exzellente Anlageentscheidung getroffen. Ja, die Berichtssaison hier jetzt Ende Juli ist am Laufen, fast fertig. Noch ein paar Unternehmen sind nicht mit drin, aber wir wissen jetzt mehr. Wir kennen die Gewinne, wir wissen die Vermögenslage und die Prognosen von vielen Unternehmen. Und jetzt stellt sich die Frage, haben sich die Kurse schon eingestellt? Sind Aktien das wert, was man im Moment dafür bezahlt? Oder sind sie das Geld nicht wert, was man im Moment hinlegen muss, um den Aktienmarkt zu kaufen? Alles gleich nach dem Intro. Wenn Sie neu an dem Kanal sind, wir machen jeden Monat eine Analyse, die den Wert der Aktien bestimmt, und nach einer Methode, die natürlich, sage ich mal, wissenschaftlich akzeptiert ist und von den meisten Teilnehmern am Markt auch genauso angewandt wird. Der Gründer dieser Methode ist Benjamin Graham. Der hat mehrere Bücher dazu geschrieben, zur Aktienanalyse. Und der bekannteste und älteste Umsetzer dieser Analyse ist Warren Buffett. Und zwar geht es um den Wert eines Unternehmens. Die meisten kennen nicht den Unterschied zwischen Preis und Wert. Hier nur ganz kurz angerissen. Der Wert ist das, was sie haben oder bekommen, wenn sie ein Aktien oder einen Aktienmarkt kaufen. Und der Preis ist das, was sie dafür bezahlen. Und wie bestimmen wir jetzt den Wert? Das machen wir hier erstmal anhand des globalen Aktienmarkts. Und hier nehmen wir den MSCI World als Hintergrundanalyse. Zunächst mal muss ich den Wert des Geldes wissen, bevor ich den Wert und den Aktienpreis beurteilen kann. Und das ist natürlich, das macht man über den Zins, und zwar über den risikofreien Zins einer zehnjährigen Anlage. Und wenn man den globalen Aktienmarkt sieht und den globalen Zinsmarkt, dann ist der globale Zins bei 3,38 Prozent. Für eine zehn Jahre Staatsanleihe im Durchschnitt, also sämtliche Länder gemittelt. Die Inflation muss ich auch noch berücksichtigen, denn die mindert ja meinen Wert Jahr für Jahr. Und die ist im Moment weltweit bei 5,9 Prozent. Das ist natürlich eine Menge. Die westliche Welt hat natürlich deutlich weniger. Ziel der Notenbanken, die diese Inflation ja steuern möchten, mit allen möglichen Möglichkeiten, ist 2 Prozent. Weil hat man mal definiert, man sagt einfach, bei 2 Prozent wird alles immer ein bisschen teuer, tut nicht weh, aber es regt genug zum Konsum an, aber es entwertet das Geld nicht so stark. Also das hat man sich auf 2 Prozent geeinigt. Deswegen gucken eben alle auf die 2 Prozent. Das ist einfach eine Definitionssache, sage ich mal. Aber da ist der Fokus in. Also 5,9. Viele, viele Länder haben deutlich mehr, haben also enorme Inflation. Dann haben wir natürlich die Unternehmensanleihen. Was bekomme ich denn im Moment, wenn ich ein Unternehmen Geld gebe, das eventuell mir das Geld auch gar nicht zurückgibt? Also eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit. Das liegt bei 6 Prozent. Dann haben wir die Aktienrendite. Das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Kehrwert. Das heißt, wie viel Prozent Gewinn machen die Aktien gerade, wenn ich meinen jetzigen Preis den Kurs berücksichtige, also auf den Kurs bezogen. Dann liegen wir hier weltweit bei 5,21 Prozent. Das ist natürlich relativ wenig. Und eine weitere wichtige Kennziffer ist Return on Equity, die Eigenkapitalrendite. Hier wird der Gewinn auf das Eigenkapital des Unternehmens bezogen in Prozent. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wie schnell vergrößert sich mein Eigenkapital durch den Gewinn. Bei 15,6 Prozent, das ist eine ganze Menge. Wenn wir uns die Zahlen mal angucken, ist natürlich ganz wichtig, wie hat es sich jetzt verändert nach der Berichtssaison? Man muss sagen, es hat sich kaum verändert, eher verschlechtert. Das heißt, die Aktien sind teurer geworden. Die Aktienrendite ist ganz marginal runtergekommen, ein ganz klein wenig. Das heißt, die Kurse haben sich wieder so eingestellt, wie es gehört. Der Zins ist ein klein bisschen runtergekommen, die Inflation ist ein klein bisschen runtergekommen. Also alles ist marginal nach unten gekommen, Aktien aber eher teurer. Wenn man das Szenario so anguckt, muss man sagen, ja, die Welt ist irgendwie in Ordnung. Aber Aktien weltweit rentieren nicht. Wobei wir sagen müssen, wenn ich von weltweit rede, MSCI World hat natürlich enorm viel USA. Und bei der Inflation werden die Länder anders gewichtet. Deswegen kann man das nicht ganz so vergleichen. Aber fest steht, dass viele Aktien doch relativ teuer sind. Das heißt, ich habe zwar mehr Rendite als der risikofreier Zins. Das ist ja die erste Frage, die ich mir stelle. Wenn ich Aktien kaufe, ein gewisses Risiko eingehe, wie viel erwarte ich mehr als beim risikofreien Zins, wenn ich jetzt eine sichere Staatsanleihe kaufe. 3,38% zu 5,21%. Das ist zwar ein bisschen mehr, aber nach der Methode Warren Buffetts oder Benjamin Gramms sollte die Aktienrendite doppelt so hoch sein, also bei fast 7% sollte das sein. Also im Moment sind Aktien sehr teuer und viele Vermögensverwalter würden deswegen eher sagen, ich gewichte die Aktien etwas geringer als die Anleihen. Oder fahre meine Aktienquote runter und nehme etwas mehr Anleihen. So ist die Situation. Man darf natürlich nie vergessen, das Wachstum spielt hier eine Rolle. Hier habe ich ja nur den aktuellen Gewinn, wie er sich auf den Kurs widerspiegelt. In den Kursen ist ja meistens auch viel Fantasie, wie es weitergehen kann. Und das sieht man hier. Also die Aktien sind teuer, weil hier viel Fantasie ist, dass gerade bei den großen Tech-Werten usw., dass der Aktienmarkt boomen kann, weitergeht und vor allem viel Wachstum hat auf den Gewinn. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal differenziert an. Wir gehen erstmal nach USA. Und da sehen wir in den USA einen risikofreien Zins von 4,2%. Das ist praktisch eine 10-jährige US-Staatsanleihe. Die Inflation kommt so langsam runter. Letzten Monat hatten wir noch 3,3. Jetzt haben wir 3,0. Es geht langsam auf die 2, aber sehr langsam und sehr schwierig. Das ist auch so das Hauptthema, was den Aktienmarkt im Moment bewegt. Dann haben wir eine Unternehmensanleihe von 5,82%. Das sind ganz viele im Durchschnitt, ganz klar. Und die Aktienrendite in den USA, wenn man den S&P 500 betrachtet, ist bei 4,51%. Natürlich stark beeinflusst von den Schwergewichten von den großen Aktiengesellschaften in Amerika. Also da muss man ganz klar sagen, ich komme ja nicht mal an den, also nach Steuer, wenn ich eventuell was versteuern muss, komme ich ja nicht an den risikofreien Zins ran. Also ich bin knapp über dem risikofreien Zins mit der Aktienrendite, habe aber das Risiko, dass der Aktienmarkt enorm verlieren kann. Auch deswegen ist der Abstand viel zu gering. Wenn die Aktienrendite bei 8 wäre, dann wäre das in Ordnung. Aber auch hier wieder muss man sagen, die Aktien sind deswegen so teuer, weil hier viel Zukunftsmusik in den Kursen schon eingepreist wird. Man geht davon aus, dass hier großes, großes Wachstum stattfindet bei den Big Tech-Werten in den USA. Die Aktienrendite, die Eigenkapitalrendite mit 18,6% vorbildlich in den USA, muss man sagen, sehr, sehr hoch. Also da viele Unternehmen doch sehr viel Schulden haben, macht der Gewinn natürlich einen hohen Anteil auf die Eigenkapitalrendite aus. Und das hebelt sehr gut und das muss man sagen, das ist gesund. Solange die Gewinne auch da sind, ist es gesund, denn die Gewinne sind ja nach Bedienung des Zins zu sehen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Wahnsinnszusammenbruch der Aktienmärkte zu erwarten, von dieser Seite her. Es wird aber noch eine andere Seite geben, das machen wir in einem anderen Video. Dasselbe schauen wir uns natürlich in Europa an. Wie sieht es in Europa aus? Euro-Land-Anleihen mit 3,03%, immer zehn Jahre Laufzeit natürlich im Vergleich. Dann haben wir eine Inflation deutlich schöner in Europa mit 2,5%, also deutlich besser als in den USA, aber auch noch nicht ganz da, wo es sein soll. Wenn wir nämlich eine Inflation von 2 hätten, könnten die Notenbanken wieder den Zins auch noch weiter runter senken und die Wirtschaft besser stimulieren. Dann haben wir ein Unternehmensanleihen in Europa, auch etwas günstiger, 3,87% und die Aktienrendite bei 7,54%. Sehr, sehr schön in Europa. Die Eigenkapitalrendite ist etwas schlechter in den USA, weil die europäischen Unternehmen nicht so stark verschuldet sind, was natürlich mehr Stabilität bedeutet. Aber die Eigenkapitalrendite ist dadurch etwas besser bei 13,94%, also fast 14%. Schauen wir uns Europa an. Da muss man auch sagen, hier ist die Welt eigentlich noch besser in Ordnung. Die Inflation ist näher am Ziel von 2%. Der risikofreie Zins ist wirklich weniger als die Hälfte von der Aktienrendite. Das heißt, hier ist der Aktienmarkt sehr interessant im Gegensatz zur Staatsanleihe. In Europa ist es auch so, speziell in Deutschland kommen wir gleich drauf, dass das Geld bei der Bank oder einer sicheren Anlage die Inflation nicht schlägt oder gerade so schlägt, aber nach Steuern nicht. Das heißt, mein Geld wird in Geldwerten weniger wert. Die Inflation greift hier stark an und in der Aktienseite wird es tatsächlich mehr wert. Das heißt, wir in Europa müssen eigentlich, um die Inflation zu schlagen, mehr Risiko eingehen als in den USA, eine höhere Aktienquote haben. Das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite haben unsere Aktiengesellschaften auf dem, was wir jetzt zahlen, höhere Gewinne. Das liegt daran, dass gerade die Amerikaner Europa sehr kritisch sehen, in der Krise sehen. Krieg von Ukraine spielt da eine Rolle. Alle Energiekosten spielen eine Rolle, die hier höher sind und, und, und gibt es ganz viele Sachen. Besonders jetzt natürlich die US-Wahl, die eventuell europafeindlicher ist. Deswegen sind die Amerikaner Europa gegenüber etwas verhalten und investieren weniger hier. Und deswegen ist hier auch die Bewertung besser. Weil die Zukunftsaussichten, die wird jetzt im Moment auf KI und die großen Big-Tech-Werte gesetzt. Und da haben wir einfach nicht viel entgegenzusetzen in Europa. Deswegen sind hier die Wachstumserwartungen eigentlich deutlich geringer und dadurch aber der Preis besser. Ja, also so sieht es in Europa aus. Dann schauen wir natürlich Asien noch an. Da habe ich leider keine Unternehmensanleihen, wie Sie gleich sehen, an der Lücke. 2,23 Prozent der risikofreien Zins, das ist nicht. Chinesische Anleihe, auch die Inflation 0,2 Prozent. Und dann haben wir die Aktienrendite am asiatischen Markt 6,99 Prozent. Eigenkapitalrendite 12,3. Selbe Grund. Asiaten nehmen ungern Schulden auf. Die haben eine ganz andere Beziehung zu Schulden im Gegensatz zu den Amerikanern, die den Schulden gegenüber sehr positiv gestimmt sind. Sagen, naja, wenn ich jetzt mein Leben lang mein Haus abzahle und kaufe es mir erst am Ende des Lebens, weil ich es zusammengespart habe, dann nehme ich lieber Schulden auf, dann habe ich sofort mein Haus, kann es mein Leben lang genießen. Und am Ende des Arbeitslebens habe ich ja das genauso. Ich habe mein Haus. Also die haben da einfach eine andere Einstellung, als wir in Europa und in Asien ist man noch strenger Schulden gegenüber. Deswegen sind Unternehmen auch nicht so stark verschuldet. Die Eigenkapitalrendite noch ein bisschen kleiner. Aber hier ist die Aktienwelt natürlich sehr interessant. Die Bewertungen sind ganz gut. Und das hat man gesehen jetzt in den letzten Wochen ging Aktien Asien sehr gut ab. Asien war ja eher schwach und seitwärts Bewegungen. Aber das löst sich im Moment ein bisschen auf. Man ist ja positiver gestimmt und investiert mehr. Und die Bewertung ist nach wie vor gut, aber auch wieder aus demselben Grund, dass hier zu wenige Big-Tech-Werte sind und dass man Asien nicht das Wachstum in den Aktiengesellschaften sieht und natürlich auch Gefahren in Asien sieht, gerade was China angeht. Aber da wollte ich jetzt nicht so ins Detail eingehen. Auf jeden Fall die Bewertung so an sich ganz gut und in Ordnung. Und jetzt schauen wir uns natürlich Deutschland an. 2,4 Prozent bekomme ich im Moment, wenn ich dem deutschen Staat zehn Jahre das Geld leihe. Das ist der risikofreie Zins. In Anführungszeichen Risiko. Es gibt nichts ohne Risiko. 2,2 Prozent der Inflation. Also wir kommen schon langsam näher an die zwei. Am Markt, also die Kapitalanleger, die großen Vermögensverwalter und so weiter, die nehmen wirklich jedes Zehntel und Hundertstel genau. Für uns Verbraucher macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt 2 oder 2,2 Prozent Inflation habe. Aber am Aktienmarkt durch Berechnungen, da ich ja in die Zukunft immer rechne auf zehn Jahre, das betrachte, macht hier wirklich jedes Zehntel was aus. Wir sind noch nicht bei zwei, aber es sieht schon ganz gut aus. Die EZB kann sicher schneller den Zins senken und Geldmenge erhöhen und damit auch Wirtschaft und Aktienmarkt stimulieren als die FED. Dann haben wir die 3,87 Prozent bei den Unternehmensanleihen und 8,01 Prozent bei der Aktienrendite. 11,77 bei der Eigenkapitalrendite. Man muss sagen, die Aktienrendite in Deutschland wirklich top vorne, besser als Europa, besser als USA, besser als weltweit. Also deutsche Aktien sind extrem gut bewertet. Hier habe ich viele Gewinne, aber es werden hier natürlich auch große Probleme gesehen. Die werden ja täglich in den Medien diskutiert, das möchte ich an der Stelle nicht machen. Wir wollen hier nur die Bewertungen angucken. Was auffällt, ist 11,77 Prozent Eigenkapitalrendite. Das heißt, das Eigenkapital wächst langsamer als in den USA. Obwohl die Gewinne auf den Kurs betrachtet deutlich höher sind. Das ist auch ein Grund, weil die deutschen Unternehmen nicht so stark verschuldet sind, also nicht so einen Hebel haben. Die Eigenkapitalquote in den Aktiengesellschaften höher ist als in den USA. Das bedeutet mehr Stabilität, aber das geht natürlich zu Kosten der Eigenkapitalrendite. Ich sehe das sehr positiv. Wir finden in Deutschland sehr, sehr spannende Aktien. Hier sind ja die großen, die DAX-Werte, die 40 großen gemeint, auch marktkapitalisierungsgewichte. Und wir schauen uns jetzt noch was Interessantes an. Wenn Sie mein letztes Video gesehen haben, wo wir uns genau mit dem Unterschied zwischen großen und kleinen Aktiengesellschaften beschäftigt haben. Schauen Sie es sich an. Ich verlinke Ihnen das hier. Dann wissen Sie, wovon ich rede. Die kleinen Aktiengesellschaften sind weltweit, aber speziell in Deutschland, extrem unterbewertet. Hier habe ich viele, viele Chancen. Der Markt hat im Moment keinen Bock auf kleine Aktiengesellschaften, weil die natürlich mehr Risiko haben. Warum? Wenn ich eine kleine Aktiengesellschaft kaufe und die wächst nicht, dann geht der Kurs nicht nach oben oder fällt sogar extrem. Bei kleinen habe ich ja viel mehr Schwankungen als bei den großen. Habe ich ein großes Unternehmen und das wächst nicht, ja, dann passiert da nicht so viel. Und der Zins hängt natürlich auch ab. Ein kleines Unternehmen ist abhängiger vom Zins. Die können vielleicht keine Kapitalerhöhung machen, brauchen Geld von der Bank oder für Anleihen und müssen dann deutlich mehr Zinsen zahlen. Das heißt, sie sind viel zinsensitiver. Und bei dem Zins jetzt kann es halt viele kleine Unternehmen geben, die dann Schwierigkeiten bekommen könnten. Denn so denkt der Markt und deswegen will er im Moment keine kleinen und stürzen sich alle auf die großen Tech-Werte, auf alles, was KI ist. Er hat einen enormen Hype, nach wie vor ungebrochen. Aber die Großen sind groß gefragt, die Kleinen nicht. Und das löst sich jetzt so langsam auf. Wir sehen, dass wir haben hier im S-DAX, das sind die kleinen Aktiengesellschaften, die 100, 8,21 Aktienrendite. Die Rest der Werte sind ja gleich, 8,21. Das ist nahe am DAX. Das heißt, die Bewertung wird langsam besser und die Kurse sind auch jetzt deutlich stärker gestiegen, wie es sich ja gehört in einem Aufschwung. 8,21 Eigenkapitalrendite. Da sieht man schon, dass die kleinen Aktiengesellschaften in Deutschland nicht so stark verschuldet sind. Das heißt, die sind gar nicht so sensitiv, zinsensensitiv, wie die meisten Vermögensverwalter jetzt so auf den ersten Blick meinen. Also wir haben ganz, ganz tolle Unternehmen bei den Small Caps, die großes Wachstumspotenzial haben, die im Moment extrem billig sind. Also die Chancen gibt es noch, aber das löst sich langsam auf. Immer mehr Marktteilnehmer entdecken, die Tech-Werte, die habe ich ja schon, ich habe ein Indexzertifikat, ich habe das und das und das habe ich schon alles. Wo gibt es denn noch Chancen? Und dann findet man die bei den kleinen Aktiengesellschaften und auch besonders in Deutschland. Ja, das ist so jetzt mein Blick auf die fundamentale Analyse. Wenn Ihnen bis jetzt das Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Damit unterstützen Sie den Kanal und die Informationen, die ich Ihnen kostenfrei bereitstelle. Das ist nicht gesponsert, keine Werbung, außer ab und zu mal Eigenwerbung für meine Zertifikate, aber das mal nur so nebenbei. Genau, und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie das nächste Video nicht verpassen, denn wir werden nächste Woche die Sessionalität unter die Nube nehmen. Das wird ganz spannend im August, denn der August ist einer der gefährlichsten Monate, wo es oft Turnarounds gibt. Und es wird ja schon häufig diskutiert, dass ein Crash bevorsteht. Wie ich das sehe, erfahren Sie im nächsten Video. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp.